Honigperlen, Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der Dich bei Deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter, ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Du mit dabei bist. Etwa jeder zweite Mensch im deutschsprachigen Raum ist betroffen von Angst- und Stresssymptomen. Falls Du Dich heute also in diese Podcast-Episode geklickt hast, ist meine erste Botschaft an Dich, Du bist nicht allein. Und wie so viele Betroffene bist wahrscheinlich auch Du auf der Suche nach rascher und nach effektiver Hilfe. Und mit dieser Sehnsucht, mit diesem Bedürfnis bist Du bei dieser Podcast-Episode genau richtig. Denn ich habe Dir heute drei unschlagbare, ausgewählte Techniken zur Angst- und Stressbewältigung mitgebracht. Bevor wir loslegen, stimmen wir uns aber noch ein wenig auf das Thema Angst und Stress ein. Stell Dir vor, Du bist in einem wilden Gewittersturm auf hoher See gefangen. Die Welten sind hoch und schlagen gegen das Schiff. Der Wind heult Dir um die Ohren und die Blitze zucken grell über den dunklen Himmel. Die Anspannung und Unsicherheit, die zu spüren sind, sind überwältigend, während Du versuchst, das Schiff irgendwie sicher durch den Sturm zu steuern. Während Du versuchst, irgendwie zu überleben. Du weißt nicht, wie lange es noch gut gehen wird. Dein Schiff und somit der einzige Boden, den Du unter Deinen Füßen hast, droht mit jeder neuen Welle zu kentern. Aber tapfer machst Du weiter, in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Und so kann sich das Leben manchmal anfühlen, unser Alltag, wenn wir in Stress und in Sorgen gefangen sind, wenn die Ängste überhand nehmen. Wie Wellen, die uns von links nach rechts schlagen. Wie Wellen, die ständig unsere Existenz und unseren sicheren Boden bedrohen. Und falls es Dir so geht, bist Du, wie schon gesagt, bei dieser Episode richtig. Ich habe Dir drei Techniken mitgebracht, die ich vorauswählen habe lassen von 25 Teilnehmern. 25 freiwillige Teilnehmern haben zehn Methoden, die ich zur Verfügung gestellt habe, getestet. Und die besten drei davon, die stelle ich Dir heute vor. Die erste Technik ist die Heavening-Technik. Auf Deutsch, der sichere Hafen. Das ist eine Technik, die von den Brüdern Rudern entwickelt wurde. Und sie eignet sich besonders gut zur Anwendung von Stress und Ängsten und hilft bei traumatischen Erinnerungen. Also sie kann traumatische Erinnerungen neutralisieren. Und die Methode basiert auf der Theorie, dass bestimmte Berührungen zusammen mit der Aktivierung positiver Erinnerungen das Gehirn beruhigen. Und durch die Beruhigung werden die sogenannten Deltawellen im Gehirn aktiviert, was zu einem Zuspann von tiefer Entspannung führt. Und jetzt auch schon genug mit der Theorie. Wir kommen gleich zur Praxis und ich leite Dich an, wie diese Übung funktioniert. Der erste Schritt. Denk an die Sache, die Dich stresst oder beängstigt. Ein belastendes Ereignis, eine Sache oder eine negative Erfahrung, die Du neutralisieren möchtest. Also hol Dir Deinen Stress oder Deine Angst quasi bewusst vor Dein inneres Auge. Das ist mal der erste Schritt. Fokussiere Dich auf den Stress oder auf die Sache, die Dich stresst bzw. beängstigt. Zweiter Schritt. Überkreuze jetzt Deine Arme vor der Brust in etwas so, als würdest Du Dich selbst umarmen. Das heißt, Du legst die rechte Handfläche auf Deine linke Schulter und die linke Handfläche auf Deine rechte Schulter. Und dann streiche sanft mit den Händen über den Oberarm von den Schultern bis zu den Ellbogen und wieder nach oben. Also Du streichelst Dich umarmend quasi von den Schultern bis zu den Ellbogen und wieder nach oben. Und wiederholst diese beruhigende Bewegung für mindestens 30 Sekunden. Wenn Du magst, mach ruhig schon mit. Selbstumarmung und dann streich von den Schultern bis zu den Ellbogen und wieder nach oben. In Deinem Tempo, wie es Dir angenehm ist. Und dann halte diese Bewegung weiterhin aufrecht und mach den dritten Schritt. Schließe die Augen und stell Dir jetzt eine friedliche Szene vor. Zum Beispiel, wie Du durch einen saftig grünen Wald schlenderst oder wie Du barfuß am Strand einen Schritt vor den anderen setzt. Du kannst Dir jetzt auch eine Szene bewusst herbeiholen, die Du tatsächlich erlebt hast. Oder zumindest einen Ort, den Du tatsächlich kennst, heißt ein Lieblingssprand in Spanien, der gerade menschenleer ist. Oder ein wunderschöner Waldweg, den Du vor einiger Zeit gegangen bist. Und dann lass Dich ganz in diese Vorstellung hineinfallen und übe währenddessen Du weiter die streichelnden Bewegungen machst. Mindestens eine Minute lang Deine inneres Vorstellung aus und die Bewegung gleichzeitig. Mindestens 60 Sekunden lang. Kombiniere also die innere positive Visualisierung mit Deiner streichelnden Bewegung, bis Dich ein Gefühl der Entspannung, so eine gewisse Geborgenheit oder auch eine Erleichterung einstellt. Und das war sie schon, die Heavening-Technik. Ganz einfache Übung, die Du eigentlich überall und relativ schnell, maximal drei Minuten, anwenden kannst. Mega tolle Übung. Die gibt es übrigens natürlich auch schriftlich im entsprechenden Blogbeitrag zu diesem Podcast, den ich Dir unten in den Show Notes verlinke, falls Du die Übung rauskopieren möchtest. Übung Nummer zwei ist eine Atemübung. Atmung ist gerade bei Angst und Panik und Stress so, 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 so wichtig und so ein extremes Wundermittel, dass es natürlich, wie könnte es anders sein, auch von meinen Teilnehmern ausgewählt wurde. Und zwar geht es hier um die Boxatmung. Die sogenannte Boxatmung wurde entwickelt, um in stressigen oder in hochintensiven Situationen die Ruhe und die Konzentration zu bewahren. Und sie eignet sich besonders gut, wenn der Stress im Alltag droht, Dir einfach über den Kopf zu wachsen. Diese bestimmte Form des Atemens reguliert im ersten Schritt unseren Sympathikus, der für den Kampf und für die Fluchtreaktionen uns verantwortlich ist und stimuliert im zweiten Schritt unseren sogenannten Parasympathikum. Und das wiederum führt zu einer Senkung des Blutdrucks, also einer Verlangsung der Herzfrequenz und einer allgemeinen Beruhigung von Körper und Geist. Klingt gut, also gerne auch hier gleich mitmachen und ausprobieren. Ich leite die Übung wieder Schritt für Schritt an. Schritt Nummer 1. Atme langsam durch die Nase ein und zähle dabei bis 4. Schritt Nummer 2. Halte den Atem an und zähle auch jetzt bis 4. Schritt Nummer 3. Atme langsam durch den Mund aus und zähle dabei bis 4. Schritt Nummer 4. Halte den Atem an und zähle wieder bis 4. Und das war's. Wiederhole diesen Atemzyklus für mindestens 5 Minuten, um deinen Geist zu beruhigen und den Körper zu entspannen. Das heißt, 4 Sekunden einatmen, halten, 4 Sekunden lang, 4 Sekunden lang ausatmen und wieder 4 Sekunden lang halten. Und das versuchst du für mehrere Minuten lang, was jetzt relativ einfach klingt, ist gar nicht so easy, aber macht einen wahnsinnigen Unterschied für dein Nervensystem und du wirst wirklich direkt die Wirkung bemerken, wie sich dein Nervensystem dadurch entspannt. Und das Tool Nummer 3, das übrigens auf den ersten Platz gewählt wurde, in Bezug auf Übungen bei Angst und Stress, ist Emotional Taping. Die Klopftechnik Emotional Taping. Mein absoluter Favorit muss ich auch dazu sagen, denn Emotion Taping ist eine etablierte Klopftechnik, die einfach wahnsinnig vielseitig ist und sie stammt übrigens aus der Energiepsychologie. Und ihr Anwendungsgebiet ist extrem umfangreich, das heißt, sie hilft nicht nur bei Stress und Ängsten, sondern auch kann eine große Unterstützung sein, war sie für mich immer wieder bei körperlichem und emotionalem Schmerz. Das kann auch ein Game Changer sein, beim Auflösen von Glaubensmustern oder bei der Traumaverarbeitung wird EFT ebenso sehr oft eingesetzt. Die Technik setzt sich aus einem umfangreichen und vor allem einem uralten Wissen zusammen, nämlich aus dem Wissen der TCM-Medizin, aus der Kinesiologie und aus Einsteins Energielehre. Und unzählige Tests bestätigen mittlerweile die Wirksamkeit von Emotion Taping, inklusive meiner eigenen Erfahrung und derer meiner Teilnehmer. Aber wie funktioniert die Methode nun genau? Beim EFD werden abwechselnd bestimmte Akupunkturpunkte geklopft, die wiederum mit bestimmten Emotionen, bestimmten Nervenbahnen und Organen verbunden sind. Das heißt, man stimuliert den Körper wirklich durch physisches Klopfen. Man arbeitet nicht nur gedanklich, sondern man nimmt den Körper und die Körperenergie mit. Bildlich gesprochen werden dabei gespeicherte Informationen hochgeklopft. Diese werden dann positiv verändert und dann werden sie wieder reingeklopft, also erneut nur auf positive Art und Weise abgespeichert. Und das Besondere, die Wirkung, die tritt oftmals erstaunlich schnell ein. Also ich habe ja einen EFT-Kurs und als ich den das erste Mal gelauncht habe, war ich selbst, obwohl ich überzeugt bin von EFT, einfach nur so überrascht von dem wahnsinnig schnellen Feedback und was sich da bei den Teilnehmern getan hat, dass ich wirklich sagen muss, dass EFT immer wieder kleine Wunder oder auch große Wunder möglich macht. Ja, und das Beste, wer EFT einmal gelernt hat, nutzt es meist ein Leben lang für fast jedes Problem. Aber nachdem wir hier im Podcast sind und du mich nicht sehen kannst, ist es einfacher, die Methode natürlich via Videobotschaft zu lernen. Und um dir diese Methode zu zeigen, habe ich einen Freebie, also ein Video-Geschenk für dich erstellt. Und zwar ein 20-Minuten-Video, wo du EFT speziell zur Anwendung von Stress, Sorgen, Ängsten, aber auch negativen Glaubenssätzen ganz schnell mal lernen kannst. Also du lernst natürlich die Basisvariante, aber die kannst du schon für ganz, ganz viel einsetzen. Das heißt, die Investition der 20 Minuten lohnt sich wirklich. Und daher verlinke ich dir jetzt einfach dieses Geschenk von mir unten in den Show Notes und wünsche dir beim Erlernen der Methode ganz viel Erfolg und mögen sich für dich große, kleine Wunder einstellen. Ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Herzlich, deine Melanie.